man muss das probieren das ist immer am besten ist immer wenn man wenn man es nicht wenn man es nicht geprobt hat und manchmal geht es halt total in die buchse aber manchmal kommen auch tolle sachen bei raus ja das stimmt tatsächlich was probieren biet mal was an ich bin mal was an was in was für eine richtung soll es denn gehen sind funky ich möchte aber so ein kuschel doch so kuschel ich meine ich habe mir sowas machen oder die girls wie sieht es aus ist auch momentik drauf oder ist das hast du dass ich von dem momentik trip total gelöst 23 balladen sind schon drauf aber der rest ist eher so ein bisschen groov orientierter okay das ist erstmal ballade ballad ich anfangen können nachher ein bisschen grooviger werden vielleicht so was denn was denn das ist immer ganz gut ja bist du doch gerade ist das das ist und dass das ist aber rest friedlich mehr so zusammen okay also ich auch gehen wir haben mal mit dg du hast du gerade ausgedacht jetzt das ist das ist ja das ist ja das ist ja we gotta have to have to have to have to have to have to tear down the wall Oh Baby, Shear down the wall Oh Baby, Shear down the wall Oh, Oh Macht das Sinn? Zum Mauerfallen? Das ist ja Mist, jetzt ist das Album schon fertig Jetzt ist das Album schon fertig Zum Mauerfall von Sascha und Song We gotta have it on my way Tear down the wall Was mit Bananen müsste auch noch sein Weißt du? Aber da machen wir dann eher ein bisschen was Reggae-lastigeres Was Reggae-lastigeres? Weißt du, so Buffalo Soldier Mess Aber nicht aufrecken Was ist das? Bananen I want some more Bananen Just give me some Bananen 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 Hier Schade. Ja, Mensch. Kommt doch demnächst einfach im Monat bevor das Album fertig ist, dann machen wir hier einfach noch drei so, überall so Zwischentakes, weißt du, so kleine Dinger, gar nicht so lang, nur so 30 Sekunden zwischen jedem Song.